Vorteile der Öko-Bollars Vorgetragen von Green World Facts TV Natur tät nicht mehr kollabieren, wir könnten diese Angst verlieren, auch würde nicht wohin man schaut, so vieles restlos zugebaut. Die extensive Landwirtschaft fürs Erdreich der Erholung schafft. Ressourcen nicht erneuerbare reichten unendlich viele Jahre. Der große Energieverbrauch, der senkte sich sehr drastisch auch. Das Problem wäre aus der Welt geschafft, mit Sonnen, Wind und Wasserkraft. Wir lebten glücklich, wären froh, ohne das Kernkraftrisiko. Die Feinstaubgrenzwertüberschreitung stände nicht mehr dauernd in der Zeitung und schließlich würde es noch nützen, als Beitragsklima zu schützen. Die Seen würden stark verjüngt, sie würden nicht mehr überdüngt. Zudem könnte das Artensterben für uns nicht mehr gefährlich werden. Auch in der Luft zu viel Ozon wäre nicht mehr unser Angstsyndrom. Natur, die müsste nicht mehr leiden, die Lebensqualität wird steigen. Kurz Ökobalance würde sich lohnen für alle Generationen. Hier wurden wieder mal viele Folgen der Umweltzerstörung auf einmal angesprochen. Unter anderem die Feinstaubbelastung in den Städten, weshalb Fahrverbote drohen, obwohl sie niemand will. Aber wer will schon die Folgen der Umweltzerstörung? Unsere Landwirtschaft habe ich bereits schon mal in Türchen 11 angesprochen. Erneuerbare Energien, ganz wichtig, wenn man auf die Kohlestockendemos zurückblickt. Das Gedicht nennt wirklich viele erschreckende Tatsachen, die wir ändern müssen. Wir, mit Hilfe der Politik.